Och nein, was hat hier denn schon eingelöst? Und gleich noch eine weitere Runde. Es beginnt Sinn gegen den Refs, sobald es so aussieht. Der ist das Glockengeschwein. Och nein, nicht der Geist. Doch. Der ist übelst asozial, der ist fast so asozial wie das Schwein. Äh, der Geist, falls es niemand weiß, der kann sich unsichtbar machen, aber wenn man sich wieder die klaugt, dann hört man Glocken läuten. Bim, bim, du stirbst jetzt. Ja, und der bewegt sich, wenn er getarnt ist, schneller. Viel schneller. Warum spielt keiner mit Michael Myers, Junge? Das wäre doch viel schöner, von dem aufgehangen zu werden. Ich wollte gerade sagen, ich möchte die Eingeweihte weiter, ich meine Nasenlöcher rausgezogen kriegen. Vielleicht doch auch. Nicht wie die Ägypter das Gehirn. Also ähnlich, Junge. Die Ägypter haben ja früher immer mit einem Haken das Gehirn durch die Nasenlöcher rausgezogen. Also dürfte nicht sehr groß sein. Oh, ich mag... Leg es, leg ich. Ach, ich liebe die Sorte. Also bei mir ist die Halloween-Musik, also... Könnte sein, dass das Michael Myers ist? Ja, hier ist... Der Ort hier ist Make-up geil. Diese... Ja, diese... Könnte sein, dass das ein Michael Myers ist jetzt? Nee! Oh, Alter! Ein Dreck! Also bist du das? Ja, das bin ich. Das ist das Haus von Jesus' Five-Feld-Threadys. Oder? Irgendwie schon, ja. Hier ist ein Hook. Ja, hier war vorne noch einer. Ich habe einen Generator gefunden, ich bin in einem Haus drin, ne? Ähm, welche Farbe? Ähm, ich glaube Weiß. Generator ist gelb. Das andere Miss-Schrein wurde schon angemacht. Ah, der hat ein Fluch! Alter, ich hab übel sich was schreien! Der hat irgend so'n Fluch gemacht, ey. So'n blöder Hund. Warum? Ähm, wenn man jetzt, sag' ich wie, einen Polk hat oder so... Also wenn man jetzt, sag' ich wie, äh, hier so'n... Ähm, Dings zum Fähigkeitscheck erfolgreich beendet, äh, kriegt man weniger Punkte dafür. Ich hab' die eine Tür gefunden, wo wir abhauen können nachher. Ja, ich hab' Piste oder so weit, ich weiß. Oder? Ja. Okay, ich hab' jetzt schon ein Drittel, einen Generator, der hat noch was. Ich schweine, der ist schon tot. Junge, der hängt jetzt schon, what the fuck. Der wurde in den ersten 20 Sekunden immer geschlagen. Ja, ist echt so. Ich hab' äh, keine Ahnung, es ist Flaschenöffner. So, ich hab' einen tot und kaputt gemacht. Okay, ich hab' ja schon fast die Hälfte. Wollen wir den retten, oder? Scheiße, der, der ist hier in der Nähe, Franz. Ich hab' ihn gesehen. Was ist das? Der Geist ist es. Nein, wer, wer, wer ist hier so? Franz, wir müssen laufen. Seid ihr in der Nähe von dem roten Typen? Nee, ich nicht. Ich bin dran, also ich möchte nur wissen, ob Franz eben in der Nähe ist, damit ich den jetzt... Nein, ich bin relativ weit weg. Nein, der Geist ist bei mir. Ich hab' den Typen runter. Ich bin tot. Ja, ist klar, der schlägt übel schlägt. Er hat den Pay-to-Win-Skin. Es ist so'n Kack... Es ist so'n Kack-Loop, der er payt. Der ist wahrscheinlich Geist-Main, also Skill-Lost. Eigentlich ist alles Skill-Lost. Ach, ich hab' bisher keinen einzigen Generator gefunden. Doch, jetzt hier einen. Ich weiß, ich brauch' Hilfe. Franz, kannst du? Ja, ich will auf dem Weg. Franz, er rennt zu dir. Ja, das war mir auch scheiße. Nein, ich bin wieder im Auto. Weil ich dauernd versuche, mich zu retten. Ich krieg' ihn aber nicht hin. Enric, bitte schnell! Ja, halt da aus. Der Body blockt mich einfach. So ein Scheiß-Schwein. Jetzt schnell weg. Aber ich kriege das Retsch-Wacken hier ist gut. Ähm... Er hat mich. Ja, das Franz ritten. Und dann Franz. Danach, dann geht's hier in das Haus. Wo der... Wo der... Wo der... Wo der... Nee, äh... Wir müssen mal in das weiße Haus. Hier gleich. Weil da ist der Generator schon... Äh... Ungefähr die Hälfte repariert. Ja, aber da ist auch ein Generator im Keller. Soll ich ja probieren, ob ich hier rauskomme? Nein, das ist bei mir! Er ist bei mir irgendwo. Er ist bei mir irgendwo. Er ist bei mir, er hat mich angegriffen. Ah ja, ich seh's. Franz, du wirst dich gerettet. Warte, ich lauf' weg! Warte, ich lauf' weg! Scheiße. Hast'n? Nee, der Random hat Franz gerettet. Scheiße, er ist bei mir. Dann kann doch einer dran. Scheiße, er hat mich. Scheiße, ich lauf' weg. Oh Gott. Man sieht ja nicht mehr beim Geist, wo der ist. Ja doch, aber man sieht halt... Der ist jetzt hier in dem einen Haus drin. Der geht in den Keller rein. Im Haus des Killers ist er. Blaues Haus? Nee, im Keller unten. Nee, unten im Keller. Ja, jetzt siehst du ja, wo ich bin. Ja, ich weiß, wo du wirst auf das Blaue und... Ja, ich weiß, wo du wirst auf das Blaue und... Ja, der ist da noch. Junge, der hat mit dem Dritt übel Schiele kaputt gemacht vom Generator. Ja. Wer ist denn da oben? Nein, der ist bei mir wieder. Bin ich. Gut, dann mach mich am Besten. Alles klar, er braucht die Tür nicht direkt. So ein blöder Hohl. Woher rutscht der das? Der hat sich direkt zu mir gespawnt. Danke. Warte, jetzt... Der kommt zu euch, der kommt zu euch. Der ist jetzt... Der ist zu euch im Keller gekommen. Ich werde von... Warte! Ich werde von... Warte! Oh nein, der Geist. Da bin ich in die falsche Ecke gelaufen, weil die Häuser alle gleich. Fahrbleiben könnte ich auch nicht... Der kämpft mich ab. Ah, ich wurde gerettet zum Glück. Der Typ keppt mich ab, der sitzt hinten auf der Ecke. Ach Alter, nein, Spasti. Will ich dich hier aufhegen? Will ich dich hier retten? Was? Der Reine macht das schon. Okay. Ist der da noch, oder? Der Reine ist am Ende dran, der ist nicht mehr weg. Ne, der ist jetzt zu hinten zu, wo ihr seid. Also, der Simon hat ja irgendwas kapriert. Ja, der irgendwas kapriert. Ich bin tot. Du hast so einen Hurensohn. Geist, du sollst einfach skilllos, aber es gibt, er rennt weg. Aber was soll ich denn mit einer scheiß Lampe? Er macht meinen Generator wahrscheinlich wieder kaputt, ey. Sein blöder Wichser. Er hat sich unsichtbar gemacht. Oh, Hendrik, Alter. Er kommt zu euch, er kommt zu euch. Er rennt genau zu random. Ich bin so gut wie möglich in ein Versteck gekrochen. Oh, nicht mich abstechen, dieser Wind. Ne, ich höre nur, b-b-b-b-b, mein Herz ist wieder auf 300. Der läuft dem random hinterher, wie es aussieht. Mach gleich weiter. Danke. Oh, ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen. Er ist wieder in weißem Hause, der will die ganze Zeit nicht kontrollieren, wie es aussieht. Was ist von mir? Warum? Er hat den random aber auch gedauert, ne? Wo ist er? War da hinten. Hinten kriecht er. Ich gehe hin, ich versuche ihn zu dippen. Ich habe den Toten zerstört. Ich habe auch schon eins kaputt gemacht. Wir müssen das finden, wo der Kackfluch drauf ist. Scheiße, er ist bei mir. Ach, Alter. Ey, Mann. Da gehe ich den random in den Feld. Hat den Generator so schön weit gemacht? Alter. Kriegt er dich, oder ist er wieder abgehauen, Hendrik? Er ist wieder irgendwie wieder abgehauen. Verdammt. Dann gehe ich auf Small gleich. Vielleicht kriege ich den Typ noch durch und gehe dann zu dir rüber. Ich glaube, ich spiele nächste Runde den Medic. Ja, weil du belebst dich ja immer wieder. Also, du bist eigentlich ein guter Medic, Franz. Also, ich brauche Hilfe dann. Ich bin gleich da. Ich werde dann versuchen, den anderen mitzubringen. Ich habe ihn gerade weggelockt, indem ich ihn gerade einen Rater explodieren lassen habe. Ja, er ist bei mir. Okay, ich komme. Bist du irgendwo drinnen? Du bist jetzt so weit unten. Ich bin hier unten im Killer. Rot wieder. Also, da ist dieses eine Haus, wo dieser rote Truck vorsteht. Ich sehe es. Ich bin drinnen. Ich bin drinnen. Äh, wo ist die... Ähm, wo geht es runter gleich? Er hat sich unsichtbar gemacht. Einfach ins Haus rein. Da sind eigentlich zwei Trippen drinnen. Genau da. Er macht sich doch unsichtbar mit der Sicht vor. Ja, er hat mich echt so einst gelohnt. Ich höre dich das voll. Er hat füßt dich wieder. Er hat füßt dich wieder. Scheiße, das war doch drauf, Alter. Ich hasse, dass es die Teile so klein sind. Er läuft entweder zu Hendrik oder zu dir, Franz. Er ist mit auf die Straße lang gelaufen. Das ist das Problem. Aber ich gehe erstmal in den Schrank rein. Ich habe einen Schlüssel. Was kann man damit machen? Vielleicht die Luke aufschließen? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt brauche ich Schlüssel. Er ist bei mir. Ah! Wieso kommt ihr denn über drei Jahre mal in diesen Scheiß hier? Eee. Ich habe mich so weiterholt, dieses Ding. Also. Kack, Sau. Kack, Sau. So, ich glaube zu dir, Franz. Du hast jetzt wiederbelebt, Franz. Ja, ich wurde wiederbelebt. Ich war jetzt noch relativ geil. Der Random ist richtig perfekt damit. Weißt du, dass wir gerade ein Spiel, wer schneller rumlaufen kann? Ja, das ist er, weil er wieder Spieltoring bleibt. Er kommt zu euch, Auffassen. Lauft, lauft, lauft. Ja, ich habe ihn da gesehen. Ja, er ist bei mir. Er hält jetzt bei den anderen, ja. Er fuckt so ab. Das ist so eine Scheiße. Ja, er will mich aufhängen. Hendrik, wo drückt er dich hin? Ja, ich bin hier zum Haken direkt. Wenn du das da bist, der da hinter der Mauer ist, dann ist er direkt bei mir. Er kann nicht Franz. Er greifen, wenn er direkt bei mir ist. Ich bin da da noch. Nee, der Random. Oh, kacke. Er ist gerade ein bisschen weit gewonnen. Er hat mir geholfen. Ich bin dann gleich hier und versehe mich noch mit dem zu kommen. Das Spiel kommt ganz voll. Ich werde noch dieses letzte Stückchen hier. Er ist wirklich gut. Franz, 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 einfach. Nee, diese Map ist viel zu klein. Die Gern sind irgendwie gefühlt viel zu groß und sie ist zu klein. Ja, ist halt echt so, ne? Sagt mal Bescheid, falls ihr die Luke seht. Dann komme ich halt zu euch. Das Problem ist halt... Probieren wegen Schlüssel oder was? Ja. Wie hätte die es in irgendeinem Hintergarten? Das wäre auch irgendwie geil, wenn man hier auch machen könnte, dass man alle Totems zerstört und dass dann dadurch der Killer irgendwie auch besiegt werden könnte. Ich glaube, die alte Kacke. Ich bin auf jeden Fall im Arsch der Welt. Ich mach den Generator, der ist jetzt auch... Ja, wahrscheinlich. Er teleportiert sich, denn die Boxen durch. Müssen schneiden, Alter. Dann gehe ich schnell zum Random. Der Typ ist aber eben natürlich wieder ein Level 300 Mal über und... Naja, ich bin dran am Heck. Also ich bin gleich beim Random. Ich bin auch beim Random. Wir haben so vorgelegt. Was hat er gegen mich? Ich hasse das. Meine Leertaste wird absolut mal interessiert, aber es fehlt mich. Tolles Spur. Respekt. Respekt dafür. Er ist bei mir. Ja, er ist bei dir. Das ist ernst. Der Typ ist unverso stark wie hier. Warum... Wir kriegen ihn nur durch die Menschen, die in den ersten 20 Sekunden sterben. Die Sache, selbst wenn er unsichtbar ist, kriegen wir halt kein Terror-Radius, das übelst Kante ist. Ja, ja, Random wird jetzt getragen. Der wird jetzt mal gepufft. Der hat seine Punkte jetzt angefahren. So, das hat er nicht. Ja, ihr setzt alles auf dem Weg. Random ist tot, ihr seid dran. Ich brauche mich zu werden. Als ob es so kurz ist. Oh, hä, warum leuchten? Das war bei deiner Sportness. Bei mir. Oh nein, er kommt genau daher, wo ich hinwinden wollte. Er ist so ein zieloser Bastard, ganz ehrlich. Aber mich kann... Ich kann auch gerettet werden. Ich wurde noch nicht aufgehängt, weil... Der hat ins Bild drin, dass man dieses Ding so lange machen kann. Hälfte, Hälfte, komm, komm, komm. Nein, oh man, nein. Hälfte, komm, komm. Ich hälfte, sag ich dir. Ich hälfte ihn doch noch gar nicht. Alter. Die Assoziation ist tatsächlich. Ey, ich bin doch im Instant gestorben, ey. Ja, ich bin gut. Wo ist er, ja? Ja. Alter, das ist so absolut skilllos. Echt so. Der Hinterwälter geht ja mal noch, aber die Hexe ist auch ein bisschen skilllos. Eigentlich ist der Fallsteller und der Hinterwälter sind eigentlich noch die korrektesten. Brauch's eigentlich nicht, wer kann's eigentlich aufgeben. Da vorne ist der Hook, der dich nimmt. Einfach direkt tot. Ja, weil du der letzte bist. Ich stehe auf den Nadek manchmal, weil ich den Typen fliegt an die Packer. Du bleibst ja auch jedes Mal gut und Ralf, das ist schlimm. Ja.